Denn viele Menschen befinden sich auf verschiedenen Stufen und machen unterschiedliche Fortschritte beim Überwinden ihrer gesundheitlichen Gebrechen. Den Körper mit Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln oder mit externen Substanzen zu behandeln, damit er wieder ins Gleichgewicht kommt, kann ein Hilfsmittel sein. Das kann der Person helfen, den Alltag oder Stress zu bewältigen. Oder vielleicht braucht sie Medikamente, um den Blutzuckerspiegel oder die chemischen Vorgänge im Gehirn in Ordnung zu halten. Das sind Dinge, von denen der Körper abhängig werden kann. Und ich rate immer dazu, einen Arzt zu konsultieren und regelmäßig zur Kontrolle zu gehen, damit du weißt, ob sich etwas im Körper verändert. Manche Menschen wollen die Realität nicht wahrhaben. Ich habe diese Woche mit einem Arzt gesprochen, der einen solchen Patienten hat. Der Patient sagte, ich habe diese Krankheit nicht und ich akzeptiere die Testresultate nicht. Von so etwas rede ich aber nicht. Ich spreche davon, pragmatisch zu sein. Falls du zum Beispiel Diabetes hast oder wenn du chronische Schmerzen hast und du Medikamente nimmst, um den Schmerz zu lindern, dann kann der Körper davon abhängig werden, weil du immer im gleichen chemischen Zustand bist. Wenn du dann damit beginnst, an dir zu arbeiten und deinen neuronalen Kreislauf, die Neurochemie, deine Hormone, deine Energie und sogar deine Gene zu verändern, dann wird dein Körper einem Wandel unterworfen werden. Eine Neuordnung wird für eine bestimmte Zeit stattfinden, weil du nicht mehr im selben neurochemischen Zustand bist. Wenn das geschieht, fällt dir plötzlich auf, dass du neue Symptome hast oder dass die Medikamente Unwohlsein auslösen. Oder es kommt zu einem Ereignis, einem tiefgreifenden innerlichen Geschehnis, welches dich auf eine neue Bewusstseinsebene hebt. Dann weißt du, dass du mit der Selbstheilung begonnen hast. Wir sehen das immer und immer wieder. Die Menschen sagen uns, ich weiß nicht, was dieses Ereignis war, dieses unglaubliche innere Geschehnis. Es hat irgendetwas in meinem Körper ausgelöst. Mein Körper hat ein neues Signal erhalten. Das bedeutet, dass sich der Körper neu ordnet. Wenn das beginnt stattzufinden, dann ist es wichtig, zur ärztlichen Kontrolle zu gehen. Ich empfehle, das alle drei Monate zu tun. Wenn du konsequent an dir arbeitest, dann scheue dich nicht vor den medizinischen Testresultaten. Und wenn du deine Meditation abgeschlossen hast und dich hinlegst, sagen wir, einer deiner Blutwerte müsste bei 100 sein, allerdings ist er momentan bei 500. Wenn du dich also hinlegst und entspannst, dann stell dir die 400 bildlich vor. Das Göttliche soll sich das anschauen. Sag dir selbst, das wird mein neuer Blutwert sein. Menschen beginnen dann, ihre Kreativität in diesem Prozess zu entfalten, was einen Einfluss auf die Messresultate hat. Die Ärzte sagen dann, ich weiß nicht, was sie tun, aber wir können die Medikamente reduzieren oder die Dosis halbieren. Denn ich stelle beachtliche Veränderungen fest. Was immer sie auch tun, hören sie damit nicht auf, denn es funktioniert. Ich empfehle also ein methodisches, pragmatisches Vorgehen. Ich empfehle den Weg, Schritt für Schritt zu gehen. In dem Moment, in dem sich der Körper von der Vergangenheit entfernt, der Moment, wo er beginnt, mit dem Feld zu interagieren, der Moment, in dem ein biologisches Upgrade stattfindet, der Moment, in dem die Person den Körper an die Zukunft anpasst und das Gehirn neu strukturiert, um sich einem neuen Daseinszustand anzunähern. Also wenn man beginnt, eine Veränderung im Krankheitsbild festzustellen, dann ist das eine wichtige Rückmeldung. Hey, meine Schmerzen sind weg. Hey, ich kann die ganze Nacht ruhig durchschlafen. Hey, die Wunde auf meiner Hand, die ich drei Monate hatte, ist plötzlich weg. Hey, ich kann plötzlich besser sehen oder mein Gehör ist besser. Die Tatsache, dass du diese physiologische Veränderung erfahren kannst, bedeutet, dass du verändern kannst. Chemikalien neigen dazu, einen Stillstand auszulösen. Wenn wir Krankheit mit Chemikalien behandeln, dann hält uns dies immer im gleichen Zustand. Wenn man selber den Zustand reguliert, dann wird der Körper sich nach und nach neu anordnen und verändern. Und wenn du das regelmäßig tust, dann wirst du eine Veränderung im Körper feststellen. Eine direkte Rückmeldung. Hey, ich habe eine bestimmte Mahlzeit gegessen und hatte danach keine Probleme. Etwas verändert sich. Jetzt weißt du, sobald das passiert, dass das der entscheidende Moment ist. Das Gleiche passierte auch bei mir und meiner Verletzung. Der Moment, in dem ich Veränderungen in meinem Körper feststellen konnte, nach einer sechseinhalbwöchigen Höllentortur, zuerst dachte ich, dass ich nichts erreichen werde, aber der Moment, in dem ich bemerkte, wie der Schmerz mich verlässt und ich meine Füße fühlen konnte, das war's. Da wusste ich, dass sich etwas verändert hatte. Das Kuriose ist, dass es dir in dem Moment nicht mehr schwerfällt. Wo du durchsonst sagst, das wird nie funktionieren, ich will das nicht tun, es ist zu schwierig, ich kann das nicht. Sobald du diese Veränderung feststellst, wirst du dir sagen, ich will das wieder tun. Dann wirst du dich darauf freuen und es wird keine Quellerei mehr sein. Deine Energie verändert sich, das ist alles, was du brauchst. Ich habe gelernt, mich in diesen Zustand im Voraus bereits hineinzuversetzen. Mein Körper sagt dann, was ist denn hier los? Der tut so, als ob er bereits geheilt wäre. Er denkt, er könne bereits laufen. Jede einzelne Frage hier zeigt mir, dass die Leute wirklich zu unseren einwöchigen Events kommen sollten. Sie müssen lernen, beim Gehen zu meditieren. Sie müssen ihren Körper zum Gehen bringen, um ihn aus der Vergangenheit zu holen. Sie müssen lernen, im Stehen zu meditieren, damit sie im Alltag nicht in die alten Muster zurückfallen. Es ist eine neue Angewohnheit. Sie gehen darin. Sie sprechen darin. Sie fühlen darin. Sie denken darin. Sie trainieren es, um es werden zu können. Wenn du die Hürden jeden Tag überwindest, wirst du nach und nach zu einer neuen Person werden. Unsere einwöchigen Events sind ein super Weg, um zu lernen, wie man das im Sitzen tun kann, wie man das im Gehen tun kann, wie man das im Stehen oder Liegen tun kann. Sie bekommen die Gelegenheit, ihre Angewohnheiten zu ändern. Und wenn wir unglücklich sind, dann laufen wir auf eine bestimmte Art. Und wenn wir uns selbst bemitleiden, dann verändert sich unsere Körperhaltung. Unser Körper verändert sich. Unsere Chemie verändert sich. Sobald du die neue Energie annimmst und dies für zwei Wochen trainierst, dann wirst du zum Beispiel von deinem Auto zu dem Bürogebäude als ein neuer Mensch laufen. Dein Körper wird dann früher oder später mitziehen. Und wenn das passiert, dann wirst du sagen, was viele andere bereits gesagt haben, ich weiß, dass ich geheilt bin. Ich weiß es. Wie kannst du das wissen? Ich weiß es einfach. Ich kann das gerne medizinisch bestätigen lassen. Ich sehe sowas immer wieder.